Ein neuer Bosch steht an und damit willkommen zurück zu Let's Play The Search Folge 60. Erstmal muss ich den Knaben hier hinten erleben. Ich laufe halt jedes Mal. Jedes Mal laufe ich halt genau rein. Auuuuch. Okay, das hatte ich noch nicht. Und die Platte. Nicht so ganz wichtig. Boah ey, die sind richtig hart die Typen. Auweia, okay. Ich glaube ich muss versuchen einfach die Drohne aktiv zu halten. Das sind die echt einfach. Mal gucken. Auffälliges Verhalten sollte stets euren Vorgesetzten gemeldet werden. Ja immer nur ein Schlag. Ja. 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 Und schon kriegt man dann halt die Arschkarte. Hat man dann die Arschkarte, wenn man... Ja, ich darf doch nicht zu gierig sein gegen den. Ja. 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 Ich hab den Typen zwar erledigt, aber der andere hat mich gesehen. Oh, ist das ätzend. Na gut. Okay, mit dem muss ich echt noch ein bisschen... An dem muss ich echt noch ein bisschen üben. Ich weiß nicht wie. Bei unbefugtem Zutritt zu diesem Sektor können wir nicht, für die sich dieser Bereich ist ausschließlich dem Werksschutz vorbehalten. Ich glaub, den lass ich jetzt mal stehen. Ich muss den Typen ein bisschen sorgfältiger anlocken da hinten. Alter Schwede. Oh, jetzt geht's ab zum Boss. Ich glaub, da kommt sogar noch einer. Oh! Okay, wo ging's denn jetzt? Ging's hier zum Boss? Nee. Hier ging's zum Boss. Was ist hier eigentlich? Glaub ich, hier war nur so'n, äh... Ausrüstungsgegenstand. Gut, dann gehen wir mal rein und versuchen unser Glück nochmal gegen den El Bossorino. Ich bin aggressiver gegen dem Spiel. Ich bin aggressiver contrail. Na, Tor. Ich hab ihn durch die Wand. Geschmissen. Immerhin, ich habe ihn jetzt schon so weit wie beim letzten Mal. Au. Wo ist das denn? Was? Na, da habe ich mich echt dämig angestellt gerade. Das war nicht gut. Schade. Man muss halt hinter dem stehen, damit der den Fuß-Kick nicht macht. Bei unbefugtem Zutritt zu diesem Sektor können wir nicht für die Sicherheit garantieren. Ach, jetzt kommt das ja wieder. Oh shit. Jetzt lasst mich raus! Ich hab keine Zeit mehr um euch zu sch- Ach, kommt! Warum sind denn da auf einmal drei? Wo kommen die denn auf einmal her? Das waren noch nie im Leben drei, das waren zwei, die da immer standen. Okay, darauf muss ich jetzt auch noch achten. Ah, ich komm mit diesen Typen nicht zurecht, ey. Warum sind denn da auf einmal drei? Manchmal ist das Spiel echt. Da hat man dann echt schon so, fragt man sich, was das für eine Scheiße ist am Ende des Tages. Da waren noch nie im Leben drei Leute, die da standen. Das waren immer zwei. Ach komm, wirklich! Tschüss! Genau! Ich sage das. Ja, ganz gut! Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Was soll denn das? Das ist jetzt echt ne Scheiß. Das ist echt ein Mist jetzt gerade hier, ohne Witz. Ja, das ist er. Wo kommt denn der her? Kannst du einmal sagen, wo der Typ von mir herkommt? Warum sind denn auf einmal drei Leute? Es waren vorher nur zwei. Oder habe ich den übersehen? Komische Nummer. Au! Gott sei Dank, Mann. Stimmt, ich bin ja wieder falsch gelaufen. Hier ist das. Der ist nicht so schwer, der Boss eigentlich. Das verstehe ich jetzt nicht. Da sind auf einmal drei Leute. Habe ich den falschen Moment gewählt gerade anzugreifen? Okay, dann muss ich mal gucken, ob das jetzt wieder drei Leute sind. Weil wenn ja, dann ist das ein ganz schöner Beschiss, muss ich sagen. Weil vorher waren da nur zwei Leute in dem Gang. Bei unbefugtem Zutritt zu diesem Sektor können wir nicht für die Sicherheit garantieren. Wie willst du denn drei Leute in diesem engen Gang bekämpfen? Das sollen sie mir mal erklären. Weil, wenn keine Schönderung begin! Das sollte sie nicht so schwer. Ich bin so schwer. Das soll sie eigentlich sein? Das wollte ich... Ich bin so schwer. Das funktioniert. Das ist unser Geld. Ich bin noch nicht so schwer. Ich bin ja so schwer. Ich bin ja so schwer. Das war es so schwer. Es sind zwei, es sind doch drei. Es sind doch drei Leute. Tschüss. Scheiße. Jetzt sind wir schon angeschlagen. Wo liegt mein Zeug? Ja. Oh Gott, wo ist das? Alter Schwede, wenn du einen Fehler machst, bist du halt sofort am Arsch. Ich bin zu gierig. Immer nur einmal zuhauen, das reicht komplett aus gegen den. Immer nur einmal zuhauen. Mehr muss ich nicht machen gegen den. Ich mache ein Ding an den jetzt vorbei. Den können wir nicht mitnehmen. Der ist nicht geschützt. Ach, der läuft da immer außen rum. Das ist der, der hier hinten langläuft. Oh Gott. Tschüss. Nein, super. Ich bin immer wieder von den Memes rum. Mal gucken, dass ich da runter gehe und erstmal warte, bevor ich mein Zeug da einsammle. Oder auch nicht. Immer nur einschlagen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Wir haben wieder genau... Ich glaube jede... Jedes Mal bin ich... Ich meine, ich bin auf den Weg. Sieh. Ach, der ist nicht auf. Der ist nicht auf den Wegpunkt. Der ist nicht auf das Ding, ich würde. Ich habe in diesem Weg noch einここ von den Neusen. Oh Gott. Ich kann das nicht auf. Das ist halt der erste Boss, ne? Der Typ, abgesehen davon, dass er diesen Raketen-Zeugs macht. Ah, Mann, ich hatte so einen guten ersten Try und jetzt kriege ich den überhaupt nicht mal gebacken, weil ich zu viel Schiss habe. Er steht halt auch immer so komisch. Und ausschließlich den Werksschutz vorbehalten. Ja, ich hab gedacht, da gehört einer da. Ja, nee, ist gut. Jetzt lass mich hier auch mal durch. Das ist echt nicht, Alter. Ah, ist das ätzend, ey. Ich hab, glaub ich, mein Zeug nicht. Doch, ich hab mein Zeug eingehoben. Oh, die Typen jetzt wieder hier. Ach, komm. Ja, genau! Er sieht mich da halt in der Ecke. Ach, komm. Alter, das ist wirklich scheiße gemacht, ey. Also, das können die doch nicht... Das ist doch nicht deren Ernst. Schaut euch mal Dark Souls an. Da gibt es nicht solche Bereiche, wo... Wo man auf zwei Zentimeter engsten Raum kämpfen muss. Das ist echt bescheuert gemacht. Also, ganz ernst, Alter. Jetzt sind wieder 7k weg. Ah, ich lauf jetzt einfach durch. Ich lauf jetzt zu blöd hier. Die scheiß drei Flaschen, die da stehen, ey. Oh, genau das ist es, was ich machen wollte. Nein. Nein. Na, da muss ich mich jetzt an ihm hochheilen. Schade, ich hatte so einen guten ersten Try gegen den Mech, aber... Er selber ist echt nicht das Problem. Der Mech ist das Problem. Der Mech ist das Problem. Ja, immer genau bei der Hälfte. Also, immer wenn ein Strich weg ist, dann kommen wir schon zu meinem Mech. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Krass. Na, ich glaube, da kann ich nicht nochmal rangehen. Ja, das war das Ding gewesen, was mich gerade fast umgebracht hätte. Nein, 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 nein! Oh! Irgendwie kommt kein Mech mehr raus. Aus irgendeinem Grund. Äh. Will ich irgendwas machen? Ich glaube, ich muss irgendwas machen. Oh! Oh! Ich glaube, danach wäre es wieder soweit gewesen. Ich habe irgendwas gemacht, was den Mech nicht getriggert hat. Hm. Ich werde hier aber mal einen Cut machen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und dann schaue ich mal, ob ich dann bessere Karten habe. Vielleicht war das gerade verbuggt. Ich weiß es nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö.